Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles über. Heute geht es um den Redstone Verstärker, Redstone Repeater. Den könnt ihr craften, indem ihr Smoothstone, also falls ihr Cobblestone habt, einmal bitte im Ofen vorher schmelzen. Den Cleanstone, nicht Smoothstone, um Himmels Willen, die Begriffe erinnern sich in Minecraft. Also ganz klassischen Stein, nicht Bruchstein, sondern Stein. Und Redstone Faggern und Redstone zusammen verkraftet, dann bekommt ihr einen Redstone Verstärker. Und wie der Name schon sagt, verstärkt der Redstone Verstärker ein Redstone Signal. Ich habe euch ja im Redstone Video, also alles über Redstone, deshalb solltet ihr auf jeden Fall alles geguckt haben. Einen Link zur Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Erzählt, dass Redstone mit jedem weiteren Signalblock, den er nach links läuft, eins verliert um Power. Das heißt, ihr seht, hier ist Power 11, 12, 13, 14, 15, 15 ist die Ursprungspower des Redstone und 15 Blöcke lang kann er fließen. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen Verstärker einbauen, sehen wir, resettet sich die Power hier wieder zurück auf 15. So, dabei haben Redstone Verstärker ein kleines Zeitintervall, in dem sie das Ganze verstärken. Das heißt, wir setzen nun mehrere Verstärker hin und sehen das richtig gut, dass diese Verstärker nicht sofort, sondern hintereinander verstärken. Ein Zeitintervall. Dieses Zeitintervall, was ein Redstone Verstärker braucht, entspricht genau dem Zeitintervall einer Fackel, wenn sie schaltet. Ein Redstone Verstärker hat vier verschiedene Modi. Jedes Mal, wenn wir draufklicken, können wir durch die Modi durchcyceln. Wenn wir ihn in den Redstone Verstärker setzen, hat er sofort den Modus 1. Wenn wir draufklicken, hat er den Modus 2, 3 und 4. Dieser Modus entscheidet darüber, wie stark er verstärkt, wie lang es dauert, bis er verstärkt. Also quasi damit können wir das Zeitintervall ein wenig anpassen. Er verstärkt immer auf genau 15, das heißt immer auf den vollen Output. So, die Besonderheit ist, dass im ersten Modus, wie gesagt, im ersten Modus ist er genauso schnell wie eine klassische Redstone Fackel. Das können wir mal ganz kurz machen, indem wir mal hier 1, 2, 3, 4 Verstärker einbauen und für jeden Verstärker setze ich mal eine Redstone Fackel daneben. Dann können wir uns das Ganze einmal direkt ansehen, was passiert. Wir können uns eine Glocke mal eben aus dem Inventar schnappen und setzen diese Glocke hier hin. So, und wir verbinden beide Eingangssignale miteinander und hören mal ganz genau hin. Ziemlich exakt. Ja, wir sehen also, die Geschwindigkeit ist ähnlich zu einer Redstone Fackel. Besonders ist allerdings jetzt die Tatsache, dass die Redstone Verstärker halt verschiedene Arten haben, wie sie verstärken. Wir sehen, wenn wir jetzt hier die auf Stufe 2 hinpacken oder hier auf Stufe 3 hinpacken und Stufe 4, dass die unterschiedliche Tempi haben, in denen sie das Signal durchlassen. Das sieht man nochmal hier ganz hinten ganz wunderbar. Das heißt, wenn wir auch hier nochmal Glocken hinstellen, sehen wir, dass die nacheinander läuten. Und relativ konstant an der ganzen Sache. So, eine weitere wichtige Eigenschaft von Redstone Verstärkern ist die Art und Weise, wie sie Blöcke elektrifizieren. Im Redstone Video habe ich euch bereits schon gesagt, dass Redstone Blöcke elektrifizieren kann. Das heißt, dieser Block wird nun elektrifiziert. Er wird leicht elektrifiziert. Und das ist super wichtig, dass wir jetzt diesen Unterschied kennen zwischen leichter Elektrifizierung und starker Elektrifizierung. Leichte Elektrifizierung leitet das Redstone Signal durch den soliden Block. Also wichtig, es gilt nur für solide Blöcke und nicht für unsolide Blöcke. Leitet dieses Signal weiter an andere Geräte. So, die Besonderheit ist, dass hier das Redstone nicht weitergeleitet wird an ein klassisches Redstone. Das heißt, das Redstone wird nur weitergeleitet an alle möglichen Blöcke, die da herum sind, aber nicht an sich selbst. Wenn wir einen Verstärker nutzen, elektrifiziert der Verstärker diesen Block so stark, dass das Signal durchgeleitet wird. Und in diesem Fall das verstärkte Signal. Das heißt, dieser Block ist nun, wie wir sehen, bei Power 15. Das Ganze geht auch andersherum. Ein Verstärker hat die Möglichkeit, aus einem Block den Power-Wert herauszusaugen. Bzw. nicht den Power-Wert, sondern aus einem Block das Redstone-Signal herauszusaugen, indem wir ihn einfach hinter einen Block setzen. Das heißt, wir sehen, der Verstärker kann somit an dieser Stelle aus diesem Block das Redstone-Signal rausholen. Mit anderen Worten könnte man sowas hier machen. Man kann eine kleine Kette bauen aus immer wieder abwechselnd Redstone und verstärkern und Redstone und verstärkern. Und das Ganze würde ohne Probleme funktionieren. Das Stromsignal geht hier durch. Eine besondere Eigenschaft ist jetzt auch die Tatsache, wie der Redstone hier in diesen Block reinläuft. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Block hinsetzen, würden wir damit das Redstone-Signal hier oben abschneiden. Da der gesamte Block unter Strom gesetzt wird, wird auch der Redstone, der sich hier oben befindet, vom Verstärker angeschaltet. Wir sehen, da Redstone leuchtet. Jetzt leuchtet er nicht, weil abgeschnitten. So würde er natürlich leuchten. Aber wir sehen, der Verstärker schickt das Signal durch. Und besonders auch ist, dass es da drunter durchgeleitet wird. Mit diesem Wissen hat man zum Beispiel die Möglichkeit, etwas eleganter zu verkabeln. Beispielsweise, wenn wir einen offenliegenden Schalter haben mit einem Knopf. Wir setzen jetzt hier einen Redstone hin. Und wir setzen jetzt hier einen weiteren Redstone hin. Sondern wir wollen das Ganze jetzt elegant verschließen, würden wir das hier zubauen und damit den Redstone abschneiden. Das heißt, der Redstone würde jetzt nicht mehr laufen an dieser Stelle. Sehen wir, funktioniert nicht. Stattdessen kann man einfach einen Verstärker hier hinsetzen. Und schon hat man die Möglichkeit, elegant das Signal hier abzuleiten, ohne dass man groß etwas um den Knopf herumbauen muss. Eine sehr coole Eigenschaft da. Redstone-Verstärker haben aber noch eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar die Tatsache, dass sie nicht einen Eingang haben, sondern mehrere Eingänge haben. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu dem Thema Verstärkung und Aufsaugung von Sachen. Das heißt, ein Redstone-Verstärker kann fast überall ein Stromsignal erhalten. Er kann das Stromsignal so erhalten, er kann das Stromsignal so erhalten, er kann es durch einen Block erhalten. Er kann es nicht von oben erhalten. Das heißt, so würde das Ganze nicht funktionieren. Hier bekommt er nur den Strom durch diesen Block. Es muss ein solider Block sein. Das heißt, wenn es ein Slab ist, dann würde er das Stromsignal an dieser Stelle nicht bekommen. Wobei die das Stromsignal bekommen würden. Und ihr seht, das ist schon ganz interessant, wenn ihr eine Redstone-Schaltung baut und ihr wollt irgendwie Sachen miteinander verlegen etc. Dass ihr verschieden auch einstellen könnt, wie ein Redstone-Verstärker das Stromsignal bekommt. Ihr habt auch hier beim Verstärker die Möglichkeit, ein Stromsignal nicht dran vorbeizuleiten. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, ein Redstone, sehen wir, verbindet sich nicht mit einer Lampe. Wenn wir sie hier hinstellen, ist die Lampe nicht eingeschaltet, weil das Redstone-Signal keine Verbindung hat. Wenn wir einen Verstärker hier hin tun, dann gibt es eine Verbindung. Das heißt, der Verstärker, er zwingt immer eine Verbindung mit dem Redstone. Er wird immer eine Verbindung eingehen. Ob so oder so hier durch den elektrifizierten Block, es gibt immer eine Verbindung, es sei denn, der Höhenunterschied ist zu krass. Jetzt gibt es keine Verbindung. Wichtige Eigenschaft von Verstärkern. So könnt ihr zum Beispiel hier ein Signal hochleiten, was allerdings nicht in diesen Block reingeht. Also ziemlich crazy. So. Wie bereits gesagt, hat der Redstone-Verstärker nicht nur einen Eingang hier, sondern er hat noch zwei weitere Eingänge. Und zwar auf der rechten Seite und der linken Seite. Da und da. Jetzt, wenn ich hier Redstone mache, passiert nichts. Ihr seht, der Redstone-Verstärker leitet das Signal durch. No problem. Und wenn ich jetzt hier Strom anmache, tadaa, passiert nichts. Denn ein Verstärker kann nur mit einem stark verstärkten Eingangsignal arbeiten. Das heißt, wenn ich an einen Verstärker einen anderen Verstärker einbaue und den reinlaufen lasse, und das ist egal, ob von rechts oder von links, passiert etwas sehr Interessantes. Und zwar, es gibt hier so eine kleine Bedrock-Stange. Und diese Bedrock-Stange signaliert ziemlich gut, was passiert. Der Verstärker ist nun gesperrt, gelockt. Es ist wie eine Art Schloss, was vorgehangen ist. Mit anderen Worten, der Verstärker hat sich nun das gemerkt, was passiert ist. Der Verstärker ist an. Und wenn wir jetzt den Output ausschalten, sehen wir, bleibt der Verstärker an. Der bleibt so lange an, bis diese Sperrung aufgeheben ist, aufgehoben wurde. Und sobald die Verstärkung aufgehoben worden ist, kann der Verstärker das Signal, was hier vorne ist, entweder wieder weiterleiten. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Redstone anlassen, zack, ab jetzt lässt sich der Verstärker wieder ganz normal benutzen. Das Ganze geht natürlich auch im ausgeschalteten Zustand. Das heißt, jetzt ist er gesperrt und wir sehen, jetzt lässt er kein Signal mehr durch. Eine wirklich coole Sache, die das Signal, was wir hier haben, speichert. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Strom draufsetzen, ist das Signal, was wir hier haben, gespeichert. Und sobald wir den Strom aufheben, sehen wir, wird das Signal wieder hier wahrgenommen, was zuletzt da ist. Das heißt, wenn wir das jetzt angeschaltet haben, ist nicht angeschaltet, bis das aufgehoben wird. Wunderbar. Ich glaube, ihr versteht das. Dabei merkt sich der Verstärker natürlich die Geschwindigkeit, in der er arbeitet. Das heißt, wenn wir jetzt ganz kurz an- und ausmachen, bringt das nichts, weil der Verstärker erstmal einen Moment braucht, um sich überhaupt zu entladen. So, jetzt hat er sich entladen. Das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Eigenschaft von Verstärkern, die ihr benutzen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein System habt, bei dem ihr euch irgendwie speichern möchtet, was eingegeben worden ist oder nicht eingegeben worden ist und die Eingabe dann anschließend widerrufen möchtet etc. Sehr, sehr, sehr spannend, wenn wir vor allem kleine Computer mit Redstone anfangen zu bauen. Mit Verstärkern kann man die wahrscheinlich primitivste Redstone-Clock bauen, die es nur so gibt. Die ist super, duper schwer einzurichten, aber wir sehen, zack, wenn man ein ganz kurzes Redstone-Clock sitzt, hat man eine Redstone-Clock. Nehmt diese Clock bitte auf keinen Fall. Bitte baut nicht Redstone-Schaltung mit so einer Clock. Das ist mein Appell an euch als Redstoner. Diese Clock ist nämlich super buggy. Wenn wir jetzt die Welt einmal neu betreten, kann es passieren, dass sie sich aufhängt. Glück gehabt, es ist nicht passiert. Es kann aber auch sein, dass ihr in die Welt kommt und die Clock so aussieht. Ein ganz, ganz, ganz fürchterliches, schlechtes Design für eine Clock. Ich werde euch ein gutes Design für eine Clock zeigen im Video über den Redstone-Compirator. Ich glaube, dass das jetzt alle Eigenschaften des Verstärkers sind, die ich euch hier sagen muss. Ach ja, genau, eine wichtige Eigenschaft. Vielleicht ist sie trivial, also relativ einfach, aber trotzdem erwähne ich sie nochmal. Ein Verstärker hat eine sehr interessante Form. Wenn man mal ins Internet geht und einmal googelt und man gibt bei Google Diode ein, dann sieht man dieses Symbol. Das ist ein elektronisches Symbol für eine Diode. Die Dioden, wir sehen, sieht man so ein bisschen, sieht man es bei den alten Verstärker. Früher hat man stärker gesehen, dass dieses Dreieck hier drin ist, dieser Diode, dieses Dreieck und ein Strich. Dreieck, Strich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gut erkennen könnt. Früher war es etwas besser zu sehen. Seit der neuen Textur ist es nicht mehr so stark zu sehen. Das bedeutet, der Strom wird nur in eine Richtung durchgelassen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Strom haben, sehen wir, geht er nicht in die Richtung, aber er geht in die Richtung. Es kann ja sein, dass ihr zum Beispiel hier verschiedene Sachen habt, die auf einmal gepowert werden müssen, so, aber sich nicht rückwirkend powern dürfen. Das heißt, wenn jetzt hier Strom drauf ist, darf dieser Strom nicht die andere Leitung powern. So würde er die andere Leitung powern. Durch einen Redstone-Verstärker ist es nicht mehr der Fall. Das heißt, der Redstone-Verstärker kann somit das Ganze deaktivieren. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Redstone-Verstärker so etwas Cooles zu machen. Da der Redstone-Verstärker durch einen Block die Sachen durchschickt, könnt ihr hier Fackeln hinstellen. Ihr könnt all diese Fackeln zum Beispiel einzeln bepowern, hier rüber. Oder ihr bebaut alle Fackeln zusammen über diesen Verstärker. Und die Verstärker können gleichzeitig noch hier unten einen Output anmachen. Dieser Output hier unten ist nur dann an, wenn ein Verstärker an ist. Das heißt, ihr seht hier, die Redstone-Leitung ist an. Aber wenn ich jetzt das hier mache, geht die Redstone-Leitung nicht an. So habt ihr die Möglichkeit, hin und her zu kombinieren und mit Redstone-Verstärkern eine Menge zu erreichen. Wow! Ganz schön viele Eigenschaften dieser Redstone-Verstärker. Ziemlich komplexes Bauteil. Aber wenn ihr denkt, das war komplex, dann freut euch schon mal aufs nächste Video. Da schauen wir uns nämlich den Redstone-Komperator an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.